Hier kommt der Eiermann, liebe Lieben, kommt sie an, wenn alle an die Eier ran. Das sind die allerfixsten Worte, die man je macht, da. Unsere Eierbläser, die sind Rüste, Klasse, A. Unsere Eierbläser, die sieben, denn uns sind A. Jeden Morgen, um an fünf, manchmal auch noch vier, steht mir auf, auf, auf und auf und auf unsere Hühner. Wir locken sie mit Pukul, so dass sie uns vertrauen, dann wickeln sie die Körne und wir können die Eier blauen. Lig, 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 hier kommt der Eiermann, lig, 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 dort sind alle, alle die Eier ran. Eier und Tal noch in der Stadt und noch im Land, ei, 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 die als Eiermann und Eiermann, der kann, ei, 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 lig, 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 hier kommt der Eiermann. Lig, 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 kommt sie alle, alle die Eier ran. Das sind die allerfixsten Worte, die man je macht, da. Unsere Eierbläser, die sind Rüste, Klasse, A. Unsere Eierbläser, die sind Döte, Klasse, A. Unsere Eierbläser, die sind Rüste, Klasse, A. Unsere Eierbläser, die sind Rüste, mit so knappe Kugeln aus der Liggebatterie. Auf unserem Hof können wir noch frei bingen und frei praten. Wir wünschen guten Appetit, sie können ruhig schrotzen. Lig, 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 hier kommt der Eiermann. Lig, 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 klicken Sie alle, alle die Eier ran. Freu und alt und in der Stadt und auch im Land. Ei, 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 sind eh als Eiermann und Eiermann bekannt. Ei, 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 ja, lig, 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 Hier kommt der Eiermann, li-li-ling, kommen sie alle alle an die Eier ran. Das sind die Allerdicksten, Leute, wie man jemals sah, unsere Eier, die sind in den Klasse A. Li-li-ling, li-li-ling, hier kommt der Eiermann, li-li-ling, kommen sie alle alle an die Eier ran. Eier und Eier, die sind in den Klasse A, li-li-li-ling, hier kommt der Eiermann, li-li-ling, kommen sie alle alle an die Eier ran. Das sind die Allerdicksten, Leute, wie man jemals sah, unsere Eier, die sind in den Klasse A. Und seit Eier, die sind in den Klasse A. Und seit Eier, die sind in den Klasse A. Und seit Eier, die sind in den Klasse A.